Willkommen zu einem neuen Video auf dem SmartLights Kanal. Vielen Dank für die vielen vielen Bewerbungen zum Lasertest. In diesem Video möchte ich jetzt einfach verkünden, wer ausgebildet wurde, wer die Chance hat, diese beiden Produkte hier zu testen. Insgesamt haben wir zwei mal zwei Sets, also zwei Sinkboxen und zwei Gradient-Line-Strips. Es haben über 120 Leute mitgemacht, das muss ich mir mal vorstellen, die nicht nur eine einfache Frage beantwortet haben mit einem Kreuz, sondern einfach lange Geschichten geschrieben haben, ihre Erfahrungen und ihre bisherigen Erfahrungen genannt haben, was sie schon im Einsatz haben, ob es bei YouTube, bei Facebook oder auf unserem Blog ist. Vielen vielen Dank dafür, damit haben wir wirklich überhaupt nicht gerechnet. Das vorweg, also vielen Dank, dass ihr uns hier so tolle Geschichten gezählt habt und mitgemacht habt. Wie gesagt, leider ist es so, dass wir nur zwei Sets haben und dafür haben uns jetzt für zwei Leute entschieden. Einmal eine Frau und einmal ein Mann, wenn das an vom Namen jetzt her richtig deuten kann. Als erstes haben wir uns für Maxi L entschieden. Maxi schreibt, liebe Smart-Light-Team, ich nutze erst seit kurzer Zeit für die Psy-Wur. Bisher habe ich nur zwei Play-Light-Bars, aber ich bin begeistert. Nun habe ich mir eine 50 Zoll Samsung-TV zugelegt. Hier auf jeden Fall nochmal interessant, ob man den 55 Zoll, weil das ja die kleinste Variante ist, auch ein 50 Zoll Samsung-Fernseher, also an der 50 Zoll Größe auch nutzen kann. Das habe ich selbst noch gar nicht getestet, weil ich nur 50, 50 Zoll hier habe. Also ich bin gespannt, ob das dann auch Probleme möglich ist. Das wäre dann mal zu gucken, ob man den Light-Soup dann auch gut da hinten anbringen kann, von der Größe her. Also das ist mal ein perfekter Kandidat. Das ist jetzt auch die beste, ideale Gelegenheit, das Ganze für mich auszutesten. Ich glaube, ich bin ein geeigneter Tester für euch, weil ich zwar die Butch schon besitze, aber trotzdem ein Anfänger bin. Und das war uns ja auch wichtig. Wir wollten einen erfahrenen Nutzer haben und auch einen, der sich mit viel Bezug noch nicht so auskennt, um zu gucken, ob man das auch als Anfänger gut über die Bühne kriegt. Er schreibt auch, außerdem bin ich erfahrener Foto- und Videograf. Also er kennt sich mit Videos und Fotos machen aus. Das ist natürlich auch sehr positiv, denn ich denke, dadurch wird er uns dann vielleicht auch ein Vorher-Nachher-Bild zukommen lassen, vielleicht auch selber ein Video darüber drehen, wie man den Play-Grading Light-Soup anbaut und wie sich das Ganze dann beim Filme- oder Video-Gucken verhält. Also Maxi, du bist ausgewählt. Herzlichen Glückwunsch. Wir schicken dir das Set zu. Dazu kontaktieren wir dich natürlich. Und als zweites haben wir jetzt Sabrina ausgewählt. Ich denke jetzt auch mal an eine Frau mit 98 am Ende der E-Mail-Adresse. Also du warst auch ausgewählt. Herzlichen Glückwunsch. Sia schreibt zum Beispiel, warum ich der ideale Tester bin. Ich bin sehr gut darin verständlich, um fachgerechte Erklärungen zu geben, wenn ich erstmal etwas Spaß gefunden habe. So lässt es mich auch nicht mehr los. So wie ich momentan das Thema smarte Leuchtmittel gefasst habe. Da ich zu Anfang April umziehe, habe ich mich jetzt kurz mit Philipp Su auseinandergesetzt. Absoluter Neuling auf dem Gebiet. Aber ich glaube, ihr Freund oder Mann hatte sich auch beworben und er hatte zum Beispiel geschrieben, dass er sich mit Philipp Su schon ein bisschen mehr auskennt. Also die beiden werden sich dann auch ergänzen, wenn ich das richtig jetzt hier in den Kommentaren gelesen habe. Seit kurzem sind wir stolzer Besitzer von zwei Lightstrip Plus, wovon einer schon hinter dem Fernsehschrank ist. Von daher kann ich das gut vorstellen, wenn das in Kombination mit dem Entertainment-Bereich und den Grading Lightstrip mit Singbox, dass das ein gutes Gesamtbild ergibt. Und verschiedene E720-Leuchtmittel, YouGo, was sie alles so haben. Und auch ein großer Balkon wartet, von dem man wohl auch das Fernsehbild gut erkennen kann. Also ich bin gespannt, was da am Ende dann für Videos und Bilder zusammenkommen. Vielen Dank auch hier für die Bewerbung, Sabrina. Dir schicken wir das Set auch zu. Dazu kontaktieren wir dich natürlich auch. Und für alle anderen, die jetzt leider nicht ausgewählt worden sind, haben wir noch eine kleine Überraschung. Wir wählen noch drei Leute aus, losen wir aus, die ein Play-Button zugeschickt bekommen. Als kleines Dankeschön für die vielen Bewerbungen, für die vielen Leute, die mitgemacht haben. Also drei Leute werde ich auf dem Blog, in dem Beitrag, den ich euch unten in der Infobox verlinke, bekannt geben. Euch kontaktieren wir natürlich auch. Und ihr bekommt ja so ein Play-Button, Smart-Button zugeschickt, mit dem ihr die Philips Hue-Beleuchtung steuern könnt, welchen ich auch persönlich richtig cool finde. Sogar ein bisschen besser als den Dimmschalter, denn dieser ist ein bisschen kleiner, handlicher und lässt sich auch gut irgendwo platzieren, wo es halt nicht so offensichtlich sein soll, um den Philips Hue-Lappen zu steuern. Ja, das Ding hat einen Wert von ungefähr 20 Euro, bin ich der Meinung. Bei Amazon, die da gab es 35 Euro. Also das kriegt ihr zugeschickt. Als kleines Dankeschön. Wie gesagt, checkt die Infobox ab für den Blogbeitrag. Dort seht ihr dann, ob ihr gewonnen habt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal für die vielen Bewerbungen. Checkt unbedingt den Kanal und den Blog regelmäßig ab, denn sowas wird es in Zukunft auf jeden Fall regelmäßig geben. Denn wenn wir vielleicht ein paar Partner gewinnen können, um das auch an die Blogleser weiterzugeben, machen wir es natürlich. Ja, dann macht's gut und bis zum nächsten Video.